Ist das das Monster da drüben? Es ist viel größer als die anderen. Bingo, ich denke, das ist es. Legen wir los. Oh nein, der Wolf. Oh nein, es ist der große, böse Wolf. Ähm, ich glaube, ich benutze Stärkewaffen auf Neptun. Let's get ready here! Gonna beat you up! No attacking while I'm transforming! I'll show you the power of a goddess! In der Tat, das tust du. Und wir hauen drauf. Too slow! Bam! Heading in! I can't wait! It's time for treatment! I can't! Oh mein Gott, Compa wurde auch erwischt. Das ist gar nicht gut. Das ist sowas von wirklich absolut gar nicht gut. Ich glaube, ich benutze lieber ein Item auf Compa. I guess I should use this! I can't wait! Das hätte ganz schnell in die Hose gehen können. Aber so richtig schnell. Seid! Blaze break! What's that about? Oh Gott. Ha! Yeah! Tri-color order! Wie ich ihn nicht treffen kann! Äh... Äh... Okay, er hat sich umgedreht zu, ähm, Neptun. Alles klar. Say! There! Jumping arms! If you're hurt, leave it to me! Everyone be healthy! It's my turn! Too slow! Ich treff' den aber auch nie! If you're hurt, leave it to me! Ich frage mich nur, wieso ich ihn nicht treffe. Oh nein, ich hab keine SP. Ähm... Das ist nicht gut. Okay, wir machen was. Wir machen was. I'll use my medicine. I'll finish this. I won't lose. Ouch! That didn't hurt a bit! Oh... I guess I should use this. I can't wait! It's time for treatment. Verdammt! It's my turn. Noa war nicht in der Nähe. Now's the time! Ha! Tricolor order! I'll finish this. Ich glaube, weil mein Tech so niedrig ist, kann ich den nicht treffen. Ja, wegen meinem Tech. Scheiße, ey. Was mach ich da jetzt? Ich kann einfach nur draufhauen. Ich hab nichts, um es zu heilen. If you're hurt, leave it to me! It's time for treatment! Oh! Ja! Da! Can you see my move? Not bad! Where's the patient? It's time for treatment! Wenn das so weiter geht, kommen wir gar nicht voran hier, so wirklich gar nicht. Oh mein Gott, wie er krüttelt. Okay, versuchen wir mal was anderes. Haben wir einen Tech Boost? Mehr haben wir nicht. Ich habe aber noch eine andere Idee. Die Frage ist, ob ich das so einfach machen kann. Ich versuche es mal eben. Jetzt ist die Zeit, um zu verwenden. Natürlich greift er sofort If an, na egal. Let's get this going. I can't wait. Heel time. It's my turn. I better use this, just in case. Not yet. Take care of this, okay? You won't regret bringing me in. Kann sein, dass man sich heilt, wenn man switcht. Das wäre awesome. Ich meine, die Statusveränderung bleibt, aber ansonsten. Das wäre nice. Ich versuche das gleich mal aus, mit einem anderen Charakter. Too slow. Oh, Neptune. Oh, du hättest lieber... Oh Gott. There. So, und das müsste jetzt eigentlich das Problem gelöst haben, mit dem nicht treffen können. Ja. There. Can you see my move? I can't... So, ähm... Wir bleiben bei der Strategie. Take this seriously. Jumping arms. I can't wait. Everyone be healthy. Mein Gott, dieser Boss dauert so unglaublich lange, aber auch hauptsächlich, weil ich den nicht treffen kann. Zumindest jetzt kann ich ihn treffen. Try color order. I'll finish this. I should use this. I can't wait. Everyone be healthy. Man, 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 man. Das dauert, das dauert. Dieser Kampf dauert. Ich habe fast keine SP-Charger mehr. Der Kampf muss jetzt bald mal zu Ende gehen. It's my turn. Got you. Try color order. Ich will ja nichts sagen. Aber Noir ist in diesem Kampf most voted player. It's time for treatment. Who wants to take me on? So, der letzte SP-Charger für Compa. Now's the time. Ouch. Wow. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. I'll use my medicine. Continue. No attacking while I'm transforming. Transformation complete. Moment, die Statusveränderung wurde geheilt. Das Problem ist, ich kann das jetzt gerade nicht ausnutzen. Ich muss nämlich Noir wiederbeleben. Oder ich mach das lieber im nächsten Zug. Das heißt, ich heile mich. Oh nein, ich stehe genau mit Compa in eine Richtung. Oh Gott. Ich bin so dumm. Ich bin so fucking dumm. I'll keep coming back until I win. Okay, Noir hat noch keine Statusveränderung eingeblüht. Mann, 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 ey. Ich glaube, ich mach einen Switch. Hoch. Now's the time to switch. I can't wait. Ja. Volles Leben, find ich gut. Aber ich kann sie nicht sicher heilen. Ich kann sie nicht sicher heilen. Es geht nicht. Ich stehe in der Reichweite von dem Vieh. Ah, was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Oh mein Gott, ich kann sie nicht heilen. So, jetzt kann ich wieder austauschen mit Neptun. Okay, diesmal war sie nicht vollgeheilt. Wieso ist Tech jetzt runtergegangen? Ich hab sie doch gerade damit gebufft. Wieso? Oh. Duh. Okay, wir haben keine SP mehr mit Kompass. Das heißt, wir können sie jetzt eintauschen gegen... Okay, wisst ihr was? Nur einer soll den Schaden erleiden. There. Heading in. Not bad. Wo ist der Patient? Ich wusste, es kommt da, harter Angriff. So, jetzt reicht's. Change time. I'll finish this. Now's the time. Let's get this over with. I guess this should be enough. Ähm, was soll ich tun? Change, change! Change! Oh, ich bin Yellowheart. Ich hab's anders versucht, aber so langsam geht mir dieser Boss hier doch ziemlich auf den Geist. Ich bin auch angry, Poludu. Weltintelligenz eines Allies, okay. Aber ich will schaden. You seem to be worth Torn. Hold on. There's still more I want to give. Ouchie! Who wants to take me on? Cross combo! Oh, meine Fresse war das. Das war jetzt unnötig lange in die... Oh, Mann, ey. Ah! Fuck! Ich hab nichts dagegen, wenn Kämpfe intens sind. Aber dieser Kampf war nicht intens, der war einfach nur dumm. Na, das war doch einfach. Findet ihr nicht auch? Halt deinen Maul, Neptune! Na, war ziemlich stark. Au, war auch ziemlich stark. Was hast du unerwartet? Du bist aber auch nicht schlecht. Hehe. Ich wurde gelobt von Nova. Hä? Nova? Warum... Warum kürzt du meinen Namen gerade so ab? Nein, warte. Ich habe dich nicht gelobt. Es sieht aus, als würden die beiden sich immer besser verstehen. An einem Tag... Ähm... Zuerst Feinde und am nächsten Tag schon Freunde. Naja, wir haben genug Waffendaten für Shian gesammelt. Lasst uns zurückgehen. Ich bin wieder zu Hause. Shian, wir sind fertig mit dem Testen der Waffe. Hm, das war aber ziemlich schnell. No! Und? Was ist mit Abonnier? Was das angeht, es hat nicht so funktioniert, wie wir gedacht haben. Was wir aber wissen, ist, dass Abonnier an einem neuen Kraftwerk arbeitet. Noch eins? Was ist so schlimm daran? Ist es so eine Überraschung, dass sie ein neues Kraftwerk bauen? Ihr wisst es vielleicht nicht, aber diese... Aber diese Kraftwerke ruinieren die Natur, die sie umgeben. Wir haben schon ganz viele Wälder wegen ihnen verloren. Wahrscheinlich Waldteile, nicht ganze Wälder. Das wäre zu krass. Das wird es noch schlimmer machen, in Last Station zu leben. Naja, wenn das so ist, dann gehen wir halt zurück zu Abonnier. Ja, auch wenn es dieses... Auch wenn es letztes Mal nicht funktioniert hat, vielleicht beim nächsten Mal. Und... Sleusing? We can do some Sleusing too. Sleusing? I don't know. Hey, hey, hey. Nichts, äh... Nichts, was damit nichts zu tun hat. Ich hab gerade echt keine Ahnung, was mit Sleusing gemeint war. Okay. Oh, wie interessant. Ihre Unterhaltung ist ziemlich... Informativ? Intrug... Intrugian? Informativ, würde ich sagen, oder? Ich denke mal. Also mal sehen. Make some taste in... Vielleicht sollten wir sie spüren lassen, wie es ist, wenn man gegen uns vorgeht. Okay, sie wissen also Bescheid. Okay. Ähm... Erstmal die Events hier abklappern. Oh, hi. Agility Booster. Schön. Oh, hi. Int Booster. Mein Gott, krieg ich jetzt hier Booster in den Kopf geschmissen? Healing Cycle. This is an Item Plan. Okay, wir haben Quest, die wir abgeben können. Wait a minute. Ich brauche SP Charger, egal. Auch wenn sie teuer sind, aber ich brauche ein paar davon. Oh, es ist so teuer. Zwei. Ähm... Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Wooden Sword? Nope. Du kriegst das Touchy wieder. Eine Sache noch. Ähm... Was wollt ihr nochmal gucken? Ich wollte gerade irgendwas gucken. Ah ja, hier. Floppy Disk. Kann ich nicht benutzen. Oh. Ah, ich kann das, ähm... Item, was wir von der Quest bekommen haben, noch gar nicht benutzen. Na egal. Oh, unsere... Unser Ruf in Loey ist nicht gerade hoch. So, gucken wir mal hier. Ich habe endlich herausgefunden, was hier in Last Station vor sich geht. Ich hasse es, es zuzugeben, aber das verdanke ich eigentlich nur Neptun und ihren Freunden. Trotzdem, das macht irgendwie noch keinen Sinn. Das Business anzutreiben ergibt schon Sinn. Und so, das würde ich selbst auch so tun. Aber das Risiko einzugehen, die Umgebung zu zerstören, geht viel zu weit. Wenn hier niemand leben kann, hat das doch alles keinen Sinn. Aber Nia, ich frage mich, was sie wohl planen. Wenn das so weitergeht, werde ich keine Zeit mehr haben, zurück zum Consul-Wort zu gehen. Und auch, wozu ungern ich es auch zugebe, Neptun ist keine schlechte Person. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass ich sie jetzt bekämpfen kann, wo ich das weiß. Noah, lass uns Pudding essen! Deja vu? Ups, habe ich dich erschreckt? Tut mir leid. Warum immer? Was jetzt? Ah, ich habe ein bisschen Pudding mitgebracht. Und ich dachte, vielleicht möchtest du die mit mir essen. Tut mir leid, ich bin nicht in der Stimmung. Was? Du auch, Noah? Effi und Kompa haben auch schon genau wie du Nein gesagt. Was mache ich? Soll ich hier... Was mache ich... Wem soll ich hier jetzt den Pudding essen? Mit mir! Mit mir! Wie wäre es mit dir alleine? Du verstehst es einfach nicht, oder Noah? Pudding schmeckt viel besser, wenn man ihn mit anderen isst. Viel besser! Auch wenn das stimmen sollte. Ich werde nicht essen, bevor ich schlafen gehe. Davon werde ich fett. Außerdem bin ich schläfrig. Ah! Verstehst du es? Na dann, gute Nacht. Ah! Tut mir leid. Ach, keine Sorge. Ich glaube, es ist meine eigene Schuld, dass ich dich so spät noch frage. Aber es wäre echt toll gewesen, mit dir zu essen, Noah. Naja. Hm? Wenn du es wirklich mit mir essen willst. Warum dann nicht? Wirklich? Wie ich schon sagte, wenn du es wirklich mit mir essen willst. Juh! Lieb dich, Noah! Ich wusste, du würdest... Ich wusste, du würdest Ja sagen. Hä? Warte. Hör auf mich zu umarmen! Ah, tut mir leid. Ich war so glücklich. Es ist einfach so passiert. Das wäre auch ein schönes Thumbnail. Also, warum nochmal essen wir den Pudding draußen? Hä? Vielleicht weißt du es nicht, aber Pudding schmeckt draußen noch viel besser. Siehst du das? Siehst du das? Und der Himmel... Äh... Ne, sie... Verstehst du in diesem Fall wohl eher? Und der Himmel ist so... Ne, ist so schön. Ja, er ist wunderschön. Ich sag's dir doch. Ich habe das alles rausgefunden, als ich das letzte Mal alleine draußen essen war. Ah, wegen letztes Mal, als ich nicht mit dir gegessen habe. Tut mir leid. Ach, mach dir nichts draus. Ich habe dich ja etwas... Ja, ich war etwas zu... Hektisch. Und außerdem essen wir jetzt zusammen. Also ist alles gut. Neptune. Äh, kann ich dich etwas fragen? Sicher, solange du nicht wissen willst, was meine Account Balance ist. Account Balance? Wenn du... Wenn du ein CPU wärst, was würdest du über Last Station denken? Sie ist eine CPU. Na, egal. Zwischen dem Land und dem Console Warp, was würdest du wählen? Hm, ich bin keine CPU. Pff, ah. Sie glaubt also, sie ist einfach nur... Keine Ahnung. Ich bin keine CPU, also weiß ich jetzt nicht wirklich. Ich überlege halt die ganze Zeit, was wäre, wenn. Hm, ich würde... Am liebsten würde ich helfen, wer auch... Wer auch immer mich zuerst fragt. Und was war das nochmal? Der Console War? Auch wenn das, äh, schlecht verläuft. Ich bin glücklicher, lächelnde Menschen zu sehen. Und Pudding. Neptun. Hm? Was ist los mit dir, Noah? Ah, nichts. Überhaupt gar nichts. Übrigens, äh, dein Eierpudding sieht gut aus. Was dagegen, wenn ich mir einen Löffel nehme? Okay. Dann möchte ich aber auch was von deinem Schokoladenpudding probieren. Klar, mach deinen Mund auf. Ah. Der bittersüße Geschmack. Reine Extase. Reine Extase. Hm. Hey, jetzt ist meine... Jetzt bin ich dran. Komm, steck mir was davon in den Mund. Schieb mir was davon in den Mund. Ah, das hat sich nicht küsst. Das hat mir nicht gut angehört. Aber, okay. Hm. Gut und süß. Siehst du, ich hab dir gesagt, die schmecken besser, wenn man sie zusammen isst. Ha, du hast recht. Äh, Neptune? Hm? I love you. Nein. Danke. La Station oder der Console War? Meine Antwort war die ganze Zeit vor mir. That was kind of... Fanservice. Äh, sind neue Events aufgeploppt? Doesn't look like it. Okay. Okay, heute gehen wir nochmal zu Elveneer. Alles klar? Seid ihr bereit? Jawoll, alles bereit. Wie geht's dir, Neptune? Ich bin bereit, bereit. Noah und NepNep sind so freundlich miteinander. Hey, ich bin nicht so gut mit Neptune befreundet, weißt du? Ach, komm mal, Noah. Du schüchterne kleine Du. Hey, ihr seid's Mädchen. Perfekt. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reinplatze, aber könntet ihr die Waffe noch einmal für mich testen gehen? Warte, aber du hast sie doch schon zurückbekommen. Das ist ziemlich schnell, dass du sie so schnell in diesen Tagen vervollständigen konntest. Ja, euer Feedback hat mich das alles über Nacht ermöglichen lassen. Ziemlich beeindruckende Daten. Wenn ihr das zusammen mit der Arbeit von Elveneer erledigen könntet, würde ich das sehr begrüßen. Alles klar, kein Problem. Okay, dann hier, nimmt es. Amas Testmodel 1.01. Okay, jetzt ist doch garantiert wieder irgendwo ein neues Event gespawnt mit Mr. Cat. Nein. Haben wir neue Quests? Yes. Wieder einen Boss umklatschen. Wieder irgendwas sammeln. Wieder irgendwas sammeln. Und das war's. Okay. Oh. Oh. Ein Tagebuch von Noah? Hier ist La Station. Nice to me. Nett, euch kennenzulernen. Oder dich kennenzulernen. Mein Name ist Blackheart. In dieser Ecke... Wisst ihr was? Ich lese mir das mal eben alleine durch, ob es wichtig ist. Okay, das ist, ähm... Okay, das ist wirklich Noah's Blog. Sie schreibt halt, ähm... Was so toll ist an La Station, dass sie halt so fortschrittlich sind mit Maschinen und Steampunk und, ja... Sonst nicht allzu viel. Okay, dann, ähm... Ja, dann... Können wir einfach weitergehen, oder? Wie lange nehm ich denn eigentlich schon auf? Wow. Der Hammer. Egal. Ich mach noch ein bisschen weiter. Weil ich Bock drauf habe.